Mhm. Kann ich die denn verstellen? Was passiert denn dann? Ach, ja. Das muss ich aber... Nein. Okay, also ist 5 das Niedrigste hier. Was haben wir da? Hm. Jetzt ist es wieder weiter oben und jetzt ist es wieder da. Ich denke mal, A wäre hier wohl das Bessere. Moment, kann ich denn? Ah, ja. Das ist die Frage. Ich glaube, das ist das Richtige. Kann ich mich da oben festhalten? Ah, wunderbar. Wusste ich doch, dass ich irgendwas dann da richtig machen muss. Ja, bei Steam kostet das einzeln, ähm, ich glaube 15 oder 16 Euro. Also wenn ich das letzte Mal geguckt habe. War es so teuer? Klasse. Yay. Muss ich mich jetzt anschubsen lassen? Juhu! Juhu! Was ist das denn? Aha. Ach, die kennen sich aus Kindertagen. Oh, da hat ihn gemobbt. Schikaniert. Verstehe. Ob wir dem jetzt irgendwie das Heim zahlen müssen. Das hier lässt mich da irgendwie drauf hoffen. Ich mag ja so, äh, Kerle gar nicht. Was haben wir denn da? Aha. Damit kann ich ihn theoretisch doch rufen, oder nicht? Also wenn der jetzt hat so ein... Was ist das? Aha. Hm. Was bringt mir das jetzt? Hm. Mach dich doch mal wieder klein. Ich weiß jetzt auch leider grad gar nicht, wie der heißt. Hm. Weiß auch gar nicht, ob er überhaupt... Oh, da hängt ja was. Ob der einen Namen hat. Ich bin wieder super vorbereitet, wie man sieht. Aber wie man halt auch an dem Spiel sieht, ähm... Legt da ja nicht so viel Wert drauf auf so Sachen. Was kann ich denn jetzt... Da blinkt was rot. Kann ich denn da irgendwas hier mitmachen? Nein. Mit dem Wagen auch nicht. Womit könnte ich denn da was machen? Hm. Gut, scheinbar jetzt erstmal... Nichts. Wenn ich da nochmal hin, kann ich euch hier an dem Gerät was anstellen damit. Nein. Gut. Oder auch nicht. Glaub ich nenne den einfach Bob. Ah. Jetzt kann ich da was anstellen. Ähm. Das heißt, damit kann ich... Was kann ich damit anstellen? Was passiert denn jetzt? Okay, damit habe ich jetzt die Reihenfolge verändert. Aber ich habe gerade gar keine Ahnung, was mir das bringt. Hm. Ich werde mich verbrennen lassen, will ich jetzt glaube ich nicht. Hm. Was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Nein. Ich bin gerade total verwirrt. Was macht es denn jetzt? Jetzt geht es gar nicht mehr runter. Ich habe immer noch nicht so wirklich die Ahnung, was mir das denn jetzt bringt. Was ist... Na geh mal her, da hin. Was machst du jetzt? Gar nichts. Ja, wunderbar. Was machst du jetzt? Gehst dann dreimal runter? Ja. Gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche da noch irgendwas. Das habe ich immer vergessen, den kleiner zu machen, weil er läuft da schneller. Glaube ich zumindest. Ja, doch, er läuft schneller. Hm. Brauche ich mal einen neuen Karren rein. Kann ich denn mit dem da irgendwas machen? Kann ich mit dem Ding, was ich da habe, hier drin irgendwas machen? Hm. Fängt ja schon super an. Die Tür komme ich vermutlich nicht. Ich will erst kommen, wenn ich weiß, was ich mit dem Ding da zu machen habe. Was ich aber nicht weiß. Hm. schon ein anderes Kaliber als wenn du bisherigen Point in Klicks und das kann ich mir angucken so, den Zettel hätte ich vielleicht mal vorher finden sollen deswegen muss ich das auch hier verändern damit der mich nicht ins Feuer schmeißt jetzt muss ich aber erstmal das Ding hier wieder richtig machen wir das so na Moment das war so ich glaube so nein hier und dann so dass er die Kohle wegschmeißt oder was auch immer das sein soll genau schon wieder vergessen kleiner zu machen ich denke auch immer, dass er das automatisch macht irgendwie aus, als würde ich auf Stöckelschuhen laufen hehehe na komm, beeil dich ein bisschen so, schauen wir nochmal was ich machen muss Kreis runter Kreis ok also hier Kreis runter Kreis so müsste das eigentlich stimmen oder auch nicht oder auch nicht ähm das hier einfach gehst du mal da hoch hier hin das ist, wenn ich es so mach da mal rum hebt mich auf und bleibt ähm 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 was soll ich das jetzt so mach ist jetzt gar nichts weiter sobald ich das da mach wird er mich da reinschmeißen ähm dann macht er aber nur das mhm wie soll ich da so schnell hinkommen erfahre ich dann auch alle drei nur das das ist keine ahnung probieren wir es mal so huch so achso, na ich muss ja na hä stehe ich jetzt gerade gar nicht kann ich da kann ich da okay, jetzt kann ich da rein aber das da macht er ja nicht hm das reicht mir ja Leben nicht ne Moment, das muss ich einmal muss ich das auf jeden Fall drehen, damit ich überhaupt da Zeit habe hinzukommen das mal so aber drehen muss ich das trotzdem weil sonst habe ich nicht genug Schwumm und Schwumm ich habe keinen Schwumm um darüber zu kommen kommen wir wieder raus gucken wir uns nochmal die Zeichnung an das